Die Raumfahrt-News sind unter 60 Sekunden. Lange Marsch 5B startet letztes Modul der chinesischen Raumstation und ist unkontrolliert wieder zur Erde gefallen. Frick'n Heavy erfolgreich gestartet. Rocket Lab scheitert erneut mit Helikopterfangversuch von Electron-Rakete. Atoms 1 wieder auf dem Weg zum PET und ready to go. NASA bescheinigt Starship von SpaceX enorme Fortschritte und geht von Start noch im Dezember aus. Und die ISS macht sich bereit für den Dream Chaser und das HTV-X. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Sinkerstarter Raumfahrt-News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montagmorgen, den 31. Oktober, ist um 8.37 Uhr MEZ die Lange Marsch 5B mit dem finalen Modul der chinesischen Raumstation gestartet. Wir waren trotz früher Stund und Feiertag, zumindest hier in Hamburg, fast 700 Senkrechtstarter. Mittlerweile ist das dritte und finale Meng Tian-Modul nicht nur an der Station angekommen, sondern auch von einem Roboterarm an seinen finalen Platz gesetzt worden. Dort nimmt es nun die aktuelle Shenzhou 14-Crew in Betrieb. Auch das Raketen-Bingo der Zentralstufe ist mittlerweile vorbei. Die Lange Marsch 5B kann ja prinzipbedingt ihre Zentralstufe nicht kontrolliert wieder eintreten lassen, was bei über 20 Tonnen Leergewicht und großen Teilen, die in einem Stück die Erde wieder erreichen, zu Recht kritisiert wird. Soweit bisher bekannt wurde beim Wiedereintritt über den Pazifik aber zum Glück niemand geschädigt. Drei der fünf größten Objekte, die unkontrolliert in die Atmosphäre eingetreten sind, gehen auf das Konto der Lange Marsch 5B. Nur der Wiedereintritt des amerikanischen Skylab im Jahr 1979 und der sowjetische Sayyut 7 im Jahr 1991 sind mit rund 77 Tonnen für Skylab bzw. 40 Tonnen für die sowjetische Sayyut die einzigen Ereignisse mit einer höheren Masse. Der nächste Start, der Lange Marsch 5B, wird voraussichtlich mit einem Hubble-ähnlichen Weltraumteleskop sein, das in der Nähe der chinesischen Raumstation operieren soll, um es gegebenenfalls dann leicht erreichen zu können. Am Dienstag, den 1. November um 14.41 Uhr MEZ hat SpaceX das erste Mal seit 40 Monaten wieder eine Falcon Heavy gestartet. Fun fact, im gleichen Zeitraum hat SpaceX 111 Falcon 9 gestartet. Verrückte Zahlen. Die aktuell leistungsstärkste einsatzbereite Trägerrakete der Welt, das ist die Falcon Heavy. Ja, mit der Kraft von 27 Merlin-Triebwerken und 2300 Tonnen Schub in der ersten Stufe hat die SpaceX-Rakete geheime Nutzdasten für die US Space Force in den Himmel getragen. Wir waren über zweieinhalbtausend Raumfahrtbegeisterte hier auf Senkrechtstarter, völlig verrückte Zahlen, und haben uns das zusammen live angesehen. Ja, auch die Seitenbooster-Landung an Land in Sichtweite der Startrampe, die verlief erfolgreich. Und fun fact, SpaceX hat dieses Jahr mehr Raketen gelandet als gestartet. Wo kommt der Kniff her? Ja, aufgrund der doppelten Landung der Falcon Heavy-Seitenbooster hatte SpaceX nach dem Start mit 51 Landungen eine Landung mehr als die 50 Raketenstarts, die bis zu dem Zeitpunkt von SpaceX durchgeführt wurden. Insgesamt war es etwa acht Minuten nach dem Start die 150. und 151. erfolgreiche Landung der ersten Stufe. Die Zentralstufe, die wurde ja weggeschmissen, um die Nutzlast zu erhöhen. Ja, es sind noch zehn weitere Starts für die Falcon Heavy bis 2024 gebucht. Tatsächlich ist die Nachfrage nach einer großen Rakete wie der Falcon Heavy durchaus vorhanden. Auf der aktuellen Liste von SpaceX stehen zehn weitere Falcon Heavy-Missionen bis Ende 2024. Davon sind fünf für die NASA, drei für die Space Force und zwei für kommerzielle Kunden. In der Branche geht man aber davon aus, dass die Falcon Heavy außer Dienst gestellt wird, sobald SpaceX das Starship einsatzbereit hat und nachweislich damit auch US-Regierungsnutzlasten befördert. Neben den geheimen Nutzlasten wie für die US Space Force sind aktuell solche Schmankerl auf die Falcon Heavy gebucht, wie die NASA-Raumsele Psyche oder das Nancy Grace Roman Space Telescope. Naja, und die Jupiter-Mission Europa Clipper. Am Mittwoch, den 2. November, hat das russische Militär eine Soyuz 2.1b mit Fregat-Oberstufe von Plesetsk ausgestartet. Ja, militärischer Nutzlast kann ich nicht so viel zu sagen. Startzeit war 7.48 Uhr MEZ. Am Donnerstag, den 3. November, hat SpaceX dann für den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat den bei Airbus gebauten Satelliten Hotbird 13G gestartet. Wenn der Satellit mit seinem elektrischen Antrieb Anfang 2023 seinen finalen Orbit erreicht hat, wird er für die Versorgung mit Satellitenfernsehen sorgen. Es hat nicht sollen sein. Rocket Lab hat erneut versucht, die erste Stufe seiner Elektronen mit einem Fallschirm und Helikopter in der Luft zu fangen. Wie nachträglich über Twitter mitgeteilt wurde, ist die Telemetrie während des Wiedereintritts aber dauerhaft verloren gegangen. Bis dahin war es ein toller Start und vor allem auch ein toller Stream von Rocket Lab. Wir waren hier auf Senkrechtstarter über 1200 Raumfahrtbegeisterter, als am Freitagabend, den 4. November, die 18 Meter hohe Elektron für die schwedische Raumfahrtagentur einen Erdbeobachtungssatelliten gestartet hat. Das ist auch gelungen. Der Start des von OHB Schweden gebauten MAZ-Satelliten war erfolgreich. Ursprünglich sollte MAZ als Rideshare auf einer Soyuz-Rakete starten. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurde das aber gestrichen und man hat kurzfristig mit Rocket Lab einen anderen Startanbieter gefunden. Am Samstag, den 5. November, ist um 12 Uhr MAZ vom Xichang Satellite Launch Center in China eine lange Marsch 3BE gestartet. An Bord war der China Set 19 Kommunikationssatellit, der seinen finalen Orbit auf einer geostationären Umlaufbahn hat. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, könnt ihr noch schnell bei mir im Livestream vorbeischauen, denn am Sonntagmorgen, den 6. November um 11.50 Uhr MEZ, startet Northrop Grumman für die NASA seine Antares 230 Plus mit einem Cygnus Raumtransporter zur ISS. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, dann lass dem Video doch gerne ein Like da und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verfassen möchtest, genau unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Genug der Eigenwerbung, kommen wir zu den Raumfahrt-News. Starliner verspätet sich weiter. Die NASA hat den Erstflug des zweiten kommerziellen Raumfahrzeugs, nach dem Crew-Drain von SpaceX, wieder verschoben. Der Starliner von Boeing wird frühestens im April 2023 als Testflug mit Astronauten an Bord starten. Dadurch würde sich die erste wirkliche operative Mission des Raumfahrzeugs auf das Jahr 2024 verschieben. Laut NASA vermeidet das neue Datum einen Konflikt mit der SpaceX Crew-6-Mission zur Internationalen Raumstation, deren Start derzeit für Mitte Februar geplant ist. Auf einer Sitzung des NASA-Beratergremiums für Luft- und Raumfahrtsicherheit am 27. Oktober äußerten die Mitglieder jedoch Zweifel an der Bereitschaft des Fahrzeugs, sowohl für den Testflug als auch für spätere operative Missionen. Das ist schon ein ganz schönes Ding. Es ist von ernster Besorgnis über die Auswirkung der anhaltenden Verzögerungen des Starliner-Programms die Rede. Wir erinnern uns, der Orbital Flight Test 2 Testflug des Starliners ohne Besatzung noch im Mai hatte eine Reihe von Anomalien während des Fluges. Verschiebungen sind in der Raumfahrt nichts Ungewöhnliches. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass der Artemis 1 Start bald erfolgt. Aktuell ist der Start von Artemis 1 immer noch für den 14. November 6.07 Uhr MEZ geplant. Mittlerweile ist das SLS auch wieder aus dem VEB gerollt und wie im Pressebriefing gesagt, wurden die Batterien für das FTS, das Flight Termination System, getauscht und für die Core Stage 90 Tage zertifiziert und für die Booster 120 Tage. News aus Deutschland. Isar Aerospace hat einen weiteren Vertrag über mehrere Starts in den nächsten Jahren mit dem französischen Exotrail unterschrieben. Exotrail entwickelt einen Raumtransporter, mit dem Kleinstsatelliten in die gewünschte Umlaufbahn gebracht werden können. Das Orbital Transfer Vehicle arbeitet mit einem elektrischen Antrieb. Laut Exotrail ermöglicht der Vertrag mit Isar Aerospace dem Unternehmen seinen Space Drop Service auf mehrere Startmöglichkeiten auszudehnen und so den Kunden maßgeschneiderte und wettbewerbsfähige Leo- und Geo-Umlaufbahnen anbieten zu können. Noch nicht orbital, aber hoch hinaus wollen die Jungs und Mädels aus Stuttgart. Ich habe ja die Studentengruppe High-End in Stuttgart letztes Jahr besucht und nun hat High-End seine neue Höhenforschungsrakete erstmals der Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt Anna Christmann und geladenem Publikum vorgestellt. Die neue, fast 8 Meter lange Rakete N2O North soll mit selbstentwickeltem Hybridtreibstoff und Lachgas den selbst aufgestellten Höhenrekord für studentische Hybridraketen brechen. Mein Video über die Studentengruppe High-End und wie sie ihre Rakete entwickelt haben, das verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Wie ist es eigentlich bei SpaceX zu arbeiten? Ja, das fragen sich vermutlich viele. Vielleicht gibt der aktuelle Imagefilm darauf Antworten. Für mich auf alle Fälle sehr interessant, neue Einblicke hinter die Kulissen von SpaceX zu bekommen und dass man Themen wie soziales Engagement und Kinderbetreuung in dem Film extra highlightet. Ja, das hätte ich so nicht erwartet. Und wenn du schon deinen Lebenslauf aufmöbeln willst und die Koffer fast schon gepackt hast, ohne amerikanischen Pass wird das sehr, sehr schwer sein, bei SpaceX einen Job zu bekommen. Letzte Woche wurde auf die Command & Control Computer der ISS Software Update X2 R21 aufgespielt. Da es sich bei dem Computersystem, welches die ISS steuert, um ein kompliziertes Geflecht von Computern im Master- und Slave-System handelt und somit diverse Computer aktualisiert werden mussten, dauert so ein Update einige Tage. Neben einigen Bugfixes kommt das neue Update auch mit einigen neuen Features daher. Im Grunde das gleiche, wie wenn ihr euer iPhone auf die neueste iOS-Version umstellt. Zu den neuen Features gehört unter anderem auch, dass die ISS jetzt dazu in der Lage ist, dass neue Raumfahrzeuge mit ihr docken können. So kann nach dem neuen Update sowohl der Dream Chaser von Sierra Nevada Corporation mit der ISS verbunden werden, als auch die neue weiterentwickelte Frachtkapsel der japanischen Raumfahrtagentur Yaksa, das HTV-X. Das japanische HTV-X soll nach derzeitigem Stand erst im Januar 2024 seinen Erstflug zur ISS ausführen. Vor allem deshalb, weil diese auf der neuen japanischen H3-Rakete starten soll, dessen Entwicklung sich derzeit noch etwas verzögert. Ebenso wird der von Sierra Nevada Corporation ursprünglich mal als bemannter Raumgleiter konzipierte Dream Chaser, der nun unbemannt Fracht zur ISS schicken soll, derzeit nicht vor dem dritten Quartal 2023 starten. Aber ab jetzt wäre die ISS im Prinzip in der Lage, diese Kapseln zu empfangen. Suchst du noch das passende Outfit für die Zukunft der Raumfahrt? Wenn ja, unbedingt in den Senkrechtstarter Merchandise-Shop schauen, verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Ich arbeite für Weihnachten an einer neuen Kollektion. Einige Artikel, die werden bis Dezember aus dem Sortiment fliegen. Bis dahin werden die natürlich rabattiert. Die SpaceX-Fertigung feiert diese Woche den Abschluss der 200. Oberstufe. SpaceX hat zwar das Starten und Landen seiner Erststufe mit Wiederverwendung perfektioniert, die zweite Stufe wird aber seit jeher weggeschmissen, wie es halt typisch eigentlich ist. Bei der aktuellen Rate startet SpaceX alle sechs Tage eine Rakete. Das geht natürlich nur, wenn genügend Oberstufen produziert werden. Die SpaceX-Chefin Gwynne Schottwil hatte schon in diesem Frühjahr gesagt, dass man aktuell jede Woche eine komplette Oberstufe fertig bauen würde. Das heißt außerdem, dass man jede Woche ein MVEC-Triebwerk baut und alles nach dem Zusammenbauen testet. Also ich finde das extrem beeindruckend. Zum Vergleich für das RS-25 am SLS braucht Aerojet Rocketdyne über ein Jahr. Apropos Serienfertigung von Raketentriebwerken, das bringt uns zu den Starship-News. SpaceX baut laut NASA jetzt ein Raptor-Triebwerk pro Tag. Das heißt, das fortschrittlichste Flugerprobe der Raketentriebwerke, das es aktuell gibt, wird jetzt schon zuverlässig in Serie produziert, bevor das Starship auch nur den ersten Orbital-Testflug angetreten hat. Wie Eric Berger von Ars Technica berichtet, hat der hochrangige NASA-Beamte Mark Kirazic diese Woche gesagt, dass SpaceX bei der Entwicklung des HLS, das ja im Artemis-Mondprogramm Menschen auf den Mond landen soll und das auf der Starship-Entwicklung basiert, sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich weiß, Aussagen von Elon Musk und SpaceX sollte man wie bei allen Unternehmen mit Vorsicht genießen, aber das von der NASA zu hören, das ist schon eine andere Qualität. Insbesondere, da es auch bei der NASA große Bedenken bei der HLS-Architektur mittels Starship gab. Mark Kirazic ist stellvertretender Programmdirektor für das Artemis-Mondlandeprogramm der NASA. Und ja, laut Eric Berger waren zwei der größten technologischen Entwicklungsprobleme der NASA das neue Raptor-Raketentriebwerk und die In-Orbit-Betankung. Kirazic sagte, SpaceX habe in beiden Bereichen erhebliche Fortschritte gemacht. Die Entwicklung des Raptors sei sehr schnell vorangetrieben worden und durch das Update von Raptor 1.0 zu 2.0 habe man erstens die Leistung und den Schub erhöht und zweitens die Anzahl der Teile reduziert, was jetzt die Zeit für die Herstellung und die Tests verkürzt. Die geplante Produktionskapazität von SpaceX waren sieben Triebwerke pro Woche und dieses Ziel haben sie vor etwa drei Monaten erreicht. Seitdem werden jede Woche sieben Raptor-Triebwerke fertiggestellt. Völlig verrückt. Die andere große Sorge der NASA betraf die On-Orbit-Betankung. Während der Artemis-Mond-Mission wird SpaceX die HLS-Mondlande-Vision des Starships in eine erdnahe Umlaufbahn bringen, wo es ein Rendezvous mit einem Treibstoffdepot hat. In diesem Depot ist ein Vielfaches der Nutzlast eines Starships als Tankvorrat. Das heißt, mit mehreren Flügen muss der Tanker aufgefüllt werden und schließlich das HLS betankt werden. Diese komplexen Prozesse werden einige Zeit kosten, sodass der flüssige Sauerstoff und das flüssige Methan über einen langen Zeitraum gelagert werden müssen. Das ist nur bei niedrigen Temperaturen möglich und wegen der Sonneneinstrahlung im Orbit eine echte Herausforderung. SpaceX plant dieses Depot vor dem Start eines Mondraumschiffes, dem HLS, mit einem speziellen Tanker-Starship mit Treibstoff zu beladen. Kirazic machte keine genauen Angaben, außer dass ziemlich viele Tankerflüge erforderlich wären, um genügend Treibstoff für eine Starship-to-the-Moon-Mission bereitstellen zu können. Für die Hardcore-Fans und regelmäßigen Senkrechtstarter-Viewer unter euch bisher nichts Neues. Was dann doch eine sehr, sehr gute Nachricht war, Kirazic sagte, SpaceX peile den Orbital-Test-Flug von Starship und Super Heavy für Anfang Dezember. Nach diesem ersten Orbital-Test-Flug plant die NASA für Artemis drei weitere Flugtests von Starship zur Demonstration der Betankung. Der zweite Test wird einen Tank-zu-Tank-Transfer von Treibstoff beinhalten, gefolgt von einem Starship-zu-Starship-Transfer von Treibstoff. Bis hin zu einer vollständigen Betankung von Starship aus einem Depot und einem Langzeitflug, um die Zeit im Weltraum einer Mondmission nachzuahmen. Je nachdem, wie gut die SpaceX-Demonstrationen während des Fluges verlaufen, sagte Kirazic, sei das nominale Ziel für einen unbemannten Testflug von Starship zur Mondoberfläche und zurück in die Umlaufbahn um den Mond Ende 2024. Wenn dieser Flug erfolgreich ist, werde er die Voraussetzungen für die Artemis-3-Missionen schaffen, die NASA-Astronauten dann auf den Mond bringen soll. Dass SpaceX mit Starship noch eine ganze Menge anderer Dinge vorhat wie Starlink 2.0 oder Marsflüge, ist bekannt. Aus diesem Grund wundert es auch nicht, dass Kirazic davon sprach, SpaceX plane, seine Treibstoffdepots im erdnahen Orbit auch für andere Missionen als Artemis zum Tanken zu nutzen. Ein Treibstoffdepot im Erdorbit, ja, das wird mit Sicherheit die Raumfahrt revolutionieren. Treibstoffdepots im Orbit, das ist noch Zukunftsmusik. Deutlich näher dran sind die Starts der kommenden Woche. Wie zu Anfangs schon gesagt, wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, könnt ihr noch schnell bei mir im Livestream vorbeischauen. Denn am Sonntag, den 6. November um 11.50 Uhr MEZ, startet Northrop Grumman für die NASA eine Antares 230 Plus mit einem Cygnus-Raumtransporter. Es geht zur ISS und Startplatz ist Wellops in Virginia. Cygnus, genau, das waren die Transporter, die als einzige westliche über die ISS-Reboost-Fähigkeit verfügen. Die Cygnus tragen alle Namen von Astronauten. Dieser jetzt, NG-18, heißt SS Sally Wright. Soweit wir wissen, ist das die erste Homosexuelle im Weltraum gewesen. Am Dienstag, den 8. November, startet SpaceX von Cape Canaveral aus einer Falcon 9 mit zwei Galaxy-Kommunikations-Athleten. Startzeit 17.06, MEZ. Wenn es dabei bleibt, gibt es natürlich einen Livestream von mir. Hatte ich auch schon letzte Woche angekündigt, wurde wegen Problemen mit der Centaur-Oberstufe aber verschoben der Start einer Atlas 5401 mit dem Joint Polar Satellite System Spacecraft Nummer 2. Geplante Startzeit nun Donnerstag, der 10. November um 10.25, MEZ. Will ich unbedingt streamen, denn als sekundäre Nutzlast wird das Loft-Hit gestartet. Das ist ein Experiment für aufblasbare Hitzeschilde für den Atmosphäreneintritt sehr, sehr großer, schwerer Nutzlasten. Das wurde als Konzept explizit entwickelt, um 40 Tonnen oder mehr für Crewmissionen am Mars landen zu können. Hatte ich die Woche eine super spannende Technik-Episode dazu gemacht. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir unter dem Video. Am Samstag, den 12. November, startet die China Aerospace Science and Technology Corporation von Wing Chang aus eine lange Marsch 7 mit einem Jiangsu Raumtransporter. Wo geht's hin? Natürlich zur chinesischen Raumstation. Geplante Startzeit ist 4 Uhr, MEZ. Nicht mehr in der nächsten Woche, sondern in der Woche drauf. Der Start von Artemis 1 ist immer noch für den 14. November 6.07, MEZ geplant. Damit ihr euch den auch Ja in euren Kalender schreibt, hier die Erinnerung. Ich werde wieder mit Cedric von Dr. Watson Livestream, Ankündigung und Link gebe ich euch noch bekannt. Ja, wenn du diesen und kommende Livestreams von mir nicht verpassen magst, am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich informiert, wenn ich live bin oder wenn ich eine Nachricht schicke. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist ja bekanntlich insgesamt keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich sage das nicht nur daher, ohne euch wird es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr alle meine Videos vorab und ohne Werbung, ihr habt wirklich aktiv mit dem deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Wenn du dir die Zeit bis zu unserem persönlichen Apollo-Moment sinnvoll vertreiben magst, ja, hier findest du die aktuelle Technik-Episode, die ich eben erwähnt habe. Wenn es dir gefallen hat, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.